Durch, dass ich jetzt 70k bekomme bei Elite am Donnerstag. Also es wäre geil, wenn wir jetzt noch eine coole Karte ziehen würden. Dann machen wir sogar noch Gewinn. Ja! Oh! Team of the Season! Team of the Season, egal! Egal! 60k Verlust, habe ich gehört. Und jetzt doch noch Gewinn gemacht, habe ich gehört. Deutschland, ZIV, Mustafi! Zweimal Mustafi? Sehr geil! Wenn ich jetzt geschwitzt habe für so einen Dreckspieler, dann weiß ich nichts. Come on! Please, please, please! Okay, so ein Wants to Watch. Hernandez, oder was? Kosta! 86k! Ah ja, Neymar hätte es auch gegeben, richtig? Ach, untradeable. Aber egal, Kosta, der nächste Spieler für irgendeine SBC oder sonstiges. Für diesen Schwierigkeitsgrad der SBC ein Junbu Premium Gold Set. Und wenn ich jetzt was ziehe, dann weiß ich nicht, ne? Oh! Was? Ne! Alter, aber trotzdem! In so einem Pack... Alter, Leute! Ich habe gestern ein 100k-Pack geöffnet, heute ein 50k-Pack und in einem 15k-Pack ist dieser Spieler drin. Will er mich flachsen, oder was? Man muss sich nur ärgern, ne? Ist okay, tschau. Ich brauche ein paar Coins, Leute. So, oh! Ich brauche ein paar Coins und dann kommen schon wieder 1.000! 13 Minuten alleine in diesem Stream für diese SBC. 13 Minuten! Das verdient er seinen fetten Daumen nach oben, meine Freunde. Okay, das machen wir so und dann kommt das Chat-Pack! Chat-Fucking-Pack! Come on! Ein zweiter Team auf die SBC noch einmal. Das ist Kater! Leute! Navi-Kater! 93 Rating! Yes! Machen wir mal auf Nase, vielleicht ist da was Gutes drinnen. Gestern habe ich ein 100k-Pack geöffnet und da war Ederson drinnen. Ja! Come on, wir brauchen ein E-Rating! Deutschland! Haben wir doch gerade Ud abgegeben, ne? Ach so! Und dann bekomme ich heute einen anderen Deutschen, ne? Ja, okay! Geht klar! 94! Ja! Leute, endlich mal ein bisschen Glück! Endlich Glück! Kostet 87, krank! Endlich! Drespe 4! 4! Endlich, Leute! 4! Das können wir gebrochen! Mann! Was ein Pack! Ja! 84! 4 Special-Karten, Mann! Mann auf der Match! Schlafen wir immer wieder Shiggy! For one Shiggy! Goodbye, Blond! Genau, so ist es! Ja! Wieder, Leute! Wieder! Ein Team of the Season! Let's go! Let's go! Let's fucking go, meine Freunde! Wer ist drinnen? Come on! Come on! Yeah, yeah, yeah! Es hätte Bill werden können, ne? Und das würde Ramsey! Was für ein Troll! Oder wie das heißt! Wallah! Ich dachte Icon! Hahaha! Frag mich nicht, warum ich erst jetzt Prime Icon Ronaldo mache! Immer ein Erlebnis mit dir, Esbizin! Hahaha! Wow! Sehr, sehr geil! Sehr, sehr geil! Das ist geil, ja! Er klatscht genauso wie ich! Mein 7. oder 8. Potz heute! Aber das wäre krank, Leute! Das wäre echt krass, wenn da jetzt noch irgendwie ein Spieler kommen würde! So eine Special-Karte, ne? Das wäre krass! 3 sind seltener! Oh mein Gott! Wir machen wirklich Gewinn, Leute! Wir machen tatsächlich Gewinn! Egal! Wie ich den jetzt gerissen habe, ne? Auf jeden Fall, Totz muss kommen! Totz muss kommen! Abfahrt! Yo! Totz auf Ansage! Axel Schweißnetz! Grüße! Nein! Leute! Leute! Leute, den habe ich schon! Untradable! Den habe ich schon untradable, wa? Haha! Scheiße! Alter, warte, ich muss mal kurz gucken, ob man mein Axel Schweiß sieht! Glitsch für Martial Abfahrt, Leute! Äh, äh, äh... OTV! Egal! Keine Special-Karten, die irgendwas sind! Egal, Leute! Wir haben auf jeden Fall Special-Karten gezogen, das war mein Ziel! Ich muss euch etwas zeigen! Ich muss euch etwas zeigen! Ich weiß nicht, wer mir hier auf Twitter folgt! Einfach First-Owner! Einfach First-Owner! Erstbesitzer! Posh Bar! Luis Suarez! Den habe ich vor dem Stream gezogen, in meinen Draft... Wie heißt denn das nochmal? Draft Rewards! 7,5 K-Pack! Ach du Scheiße! Come on! Oh! Screamy, Leute! Na, Man of the Match! Okay! Was? Ah! Den habe ich auch schon fünf oder sechs Mal gezogen! Aber Leute, vorher hat jemand reingeschrieben, dass man alle 15 Packs eine Special-Karte zieht! Wir haben jetzt drei Special-Karten hintereinander gezogen! Abfahrt, Leute! Let's fucking go, meine Freunde! Come on! Ich wette, es ist jetzt nicht mal eine Special-Karte-Karte-Karte! Ich wette, es ist nicht mal eine Special-Karte-Karte-Karte! ALAAN! Allein, allein! Allein, allein! Mein berühmtes Chepek, meine Freunde! Allein, allein! Singen wir mal alle, meine Freunde! Allein, allein! Geil, geil, geil! Da ist sicher noch was dahinter! Wow! Okay! Egal! Die sind zwar nichts wert! Ich denke nicht, dass da was drinnen sein wird! Deswegen trinke ich mal einen Schluck Eistee! Nein! Mh! 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 87! 87! 87! Abfahrts! Ich meine, der Spieler selbst ist mir unsympathisch! Aber egal! 87! Ich schwöre euch euch! Jetzt kommt sicher die pure Enttäuschung! Schickige Chepek! Alter! Okay! Machen wir ein Schickige Chepek! Aber jetzt kommt das Elite-Pack! Come on! Sei jetzt nicht so! Come on! Ich warte noch, bevor ich in den Chat reinschaue, Leute! Ich warte, bis der komplette Chat eskaliert! Come on! Please! EA! Gönn mir! Okay! Okay! Den zieh ich gefühlt das fünfte Mal! Aber trotzdem! Leeroy! Sané! Come on! He he! Ist das Sané? Oder ist das der Leeroy oder der Hannover? Ja! Egal! Er bringt Coins, Leute! Das geht mega klar! Ja! Es gibt Schlimmere! Ja! Es ist noch ein zweiter dahinter, Leute! Es könnte auch noch Goretzka sein! Come on! Please! 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 Au! Marciello! Leute! Ich bin komplett zufrieden! Guckt mal! Sogar der ist eigentlich was wert! Alter! Und jetzt kommt Leeroy Sané! Leeroy! Leeroy! Genau! Alter Leute! Ich bin komplett zufrieden! Sogar der Leeroy! Iorta! Ich bin komplett zufrieden! Alles瞬, du Level 3! Ich bin komplett zufrieden! Ich bin komplett zufrieden!